Ah, super, was für ein schönes Brett. Ah Mist, aber hier habe ich so eine Stelle. Vielleicht sieht die andere Seite besser aus. Oh Gott! Oh Mannometer, so ein schönes Brett. Und nach dem Hobeln sehen wir das hier. Überall Fehler. Und hier ist sogar noch so ein ganzer Ast abgerissen. Was mache ich jetzt? Das Brett wegschmeißen? Nö, das muss natürlich nicht sein. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, mit sowas umzugehen. Eine klassische Variante wäre, Epoxidharz da rein zu kippen. Das Problem ist nur, das dauert ewig lange. Bis das trocken ist, muss man mindestens einen Tag warten. Und das abzuschleifen ist meistens auch ziemlich nervig. Es gibt auch noch so zwei Komponenten Spachtelmasse. Aber spätestens wenn man mehr und große Stellen hat, dann ist das auch wieder ziemlich zeitaufwendig. Und wenn man alles anrühren muss, anspachteln muss, dann merkt man, ah Digga, ich habe gar nicht genug. Jetzt muss ich nochmal anrühren, nochmal spachteln. Das ist nervig und muss nicht sein. Ich zeige euch eine Variante, die super schnell geht und auch fürs Lackieren geeignet ist. Denn genau das Problem hatte ich auch gerade. Welches Problem? In der Realität arbeiten wir nicht immer mit solchen schönen Stücken wie hier, sondern mit sowas hier. Aus solchen Profilen musste ich einen Rahmen bauen, der lackiert werden soll. Und wir sehen, dieses Holz hat eine Million Risse. Und das war bei allen Teilen so. Und es waren sehr viele. Wenn ich jetzt anfange, das alles einzeln zu spachteln, dann dauert das ewig. Und wenn ich hier mit Epoxy anfange, dann läuft es wahrscheinlich überall raus. Das ist also keine wirklich effiziente Lösung. Wie kann ich also sowas hier effizient und schnell und sowas hier wunderschön füllen? Wir wollen jetzt zuallererst mal dieses Riesenastloch hier füllen. Und los geht's. Und los geht's. Und los geht's. Und los geht's. Das sieht ja schon ganz nett aus. Aber Jones, was ist, wenn ich gar keinen Bock auf Risse in meinem Holz hab? Dann ist es natürlich ganz einfach. Werbung für VLVR. Denn wenn ihr bei uns Holz kauft, dann habt ihr solche schönen Riegel wie hier. Und wir haben aktuell wieder Holz. Unsere Klassiker aus Übersee sind wieder da. Das heißt Whitewood & Co. könnt ihr bei uns aktuell wieder erwerben. Und unten ist der Link. Schaut da vorbei. Es ist immer ein großer Run. Was ich an der Stelle nochmal sagen möchte ist, wir können tatsächlich davon ausgehen, dass das Holz, was wir euch verkaufen, relativ bis fast komplett rissfrei ist. Ich blende hier kurz ein Suchbild ein. Na, seht ihr den Riss? Richtig. Er ist da, wo das X ist. Das reicht schon aus, um das Brett für euch auszusortieren. Denn wenn wir solche oberflächlichen Risse auf der Fläche an den Hirnholzkanten erkennen, dann sortieren wir es aus, weil wir für euch wirklich die maximale Qualität liefern wollen. Es kann natürlich immer sein, dass wenn ihr viel Material abhobelt, ihr noch einen kleinen Riss oder irgendwas irgendwo im Holz findet. Aber alles, was wir beim Zuschnitt und beim Sortieren entdecken können, entdecken wir und sortieren es aus. Damit ihr nur das Beste kriegt und keine Risse füllen müsst. Und wenn doch? Das ging super schnell und anders als bei vielen anderen Mitteln, können wir wirklich die ganze Sache da reinmachen, mit dem Klotz aushärten und direkt schleifen, ohne dass das Schleifpapier sich sofort komplett zusetzt. Und das macht das Ganze wirklich sehr, sehr schnell. Wir haben ja jetzt eben Nuss mit Braun gefüllt, um es sozusagen unauffällig zu machen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen schwarzen Stick einzulegen, um dann wirklich tolle Akzente, ähnlich wie bei Epoxy, zu machen. Wichtig! Ein Problem ist ganz oft, mein Astfüller hält nicht. Ist ja ganz klar. Wir können das nicht einfach überall reinschießen. Etwas Vorarbeit muss manchmal sein. Und hier kann ich euch auch genau zeigen, welche. In diesen Rissen hier sind überall kleine Rückstände vom Holz. Und das ist ganz, ganz feines Material. Man könnte jetzt fälschlicherweise denken, ja, Spitze. Hier kann sich unser Kleber ja viel besser festhalten. Das Problem ist, das Zeug ist absolut lose. Das heißt, wenn wir daran den Astkleber festkleben, dann wird er relativ einfach wieder rausfallen. Wir müssen also diese Stellen vorher etwas säubern. Man muss es da aber nicht übertreiben aus meiner Erfahrung, aber ein bisschen sollte man das schon machen. Genau, das machen wir jetzt. Und dann füllen wir das alles schwarz. Das Beste ist, wenn wir so viele Risse wie hier haben, können wir wirklich wie am Fließband arbeiten. Und zwar so. Ein weiterer Anwendungsfehler könnte sein, Ah, wenn ich das Ding hier hinstelle, läuft das ja ständig raus. Da ist das Prinzip der Heißklebepistole nicht ganz so verstanden. Im Produktdesignstudio musste ich aber viel mit Heißkleber machen, beziehungsweise hätte ich machen sollen. Habe ich aber nicht, weil ich immer Angst davor hatte, dass das heiß ist. Der Trick ist, wenn wir gerade nicht arbeiten, den Klebestick einfach zurückziehen. Dann kommt von hinten kein Druck mehr. Wir schieben das Material also nicht dauerhaft weiter durch. Sobald ich das hier wieder reinstecke, ist nach vorne hin wieder Druck, weil Material sozusagen weiterhin nach unten durchschmilzt. Also, wenn wir nicht arbeiten, zurückziehen, alles ist gut. Wir wollen aber hier weiter arbeiten. Also los. Wir haben mit dieser Technik auch die Möglichkeit, ganz einfach solche dreidimensionalen Risse zu füllen. Wenn ich jetzt hier von oben einfach was reingieße, läuft das hier natürlich raus. Das ist blöd. Also machen wir das anders. Wir stellen uns einen Klotz hier hin und lassen das erstmal nur da reinlaufen. Und dann? Okay. Cool. So. 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 Vielen Dank. Oh nein, hier sind ja jetzt noch Luftblasen drin. Das ist ja auch ein riesen Astloch, was wir gefüllt haben. Das Schöne ist, dadurch, dass wir jetzt hier alles andere schon ganz gut gefüllt haben, können wir diese kleinen Blasen einfach aufgießen. Huch. Und zwar so lange, bis wir zufrieden sind. Und... Und zwar so lange, bis wir zufrieden sind. Und zwar so lange, bis wir zufrieden sind. Und zwar so lange, bis wir zufrieden sind. Wer jetzt Sorge hat, das ist doch viel zu weich. Das ist sauhart. Und das hält auch gut am Holz. Wenn ich das jetzt hier, das ist einfach vollflächig draufgeklebt, abstechen will, dann hört man und sieht man, dass wir hier schon Fasern vom Holz mit rausreißen. Das klebt einfach super duper fest und wird sauhart. Das ging super schnell und sieht spitze aus. Ich finde, es sieht wirklich ganz klasse aus. Wie weiß. Das heißt, ihr könnt solche Akzente nutzen und ihr könnt es so wie hier relativ unauffällig machen. Und eine Sache ist auch ganz klar. Solche Sets gibt es mittlerweile von ganz vielen verschiedenen Anbietern. Zu den meisten kann ich nichts sagen, weil ich das hier nun mal seit vielen Jahren habe und es funktioniert für mich gut. Ha, Jones, aber jetzt habe ich dich. Das ist total unnachhaltig. Guck mal, wie viel Müll du hast. Das ist natürlich richtig. Wenn man das Ganze gut füllt und sauber abschabt, dann bleibt jede Menge Müll übrig. Das Ding ist, das ist kein Müll. Wir können das hier einfach wieder einschmelzen. Es gibt bei diesem Set extra so einen Kunststoffbehälter, der genau diese Form dieser Sticks hier hat. Und wir können die einfach selber wieder einschmelzen. Und wer jetzt ein bisschen drüber nachdenkt, stellt natürlich fest, Digi, dann kann ich ja Farben kombinieren. Hm, next level move. Also, das Ganze kann man wirklich gut machen. Und wer darauf keinen Bock hat, macht es halt nicht. Aber ich finde, es ist eine der schnellsten, effizientesten und besten Varianten, um mit vielen Rissen umzugehen. Eine Sache kann man natürlich sagen. Einen River Table würden wir damit nicht bauen, weil sonst bräuchten wir sieben Millionen solcher Sticks. Das ist aber auch überhaupt nicht Inhalt des Videos. Also, smasht ein Abo rein. Dieses Set habe ich euch unten verlinkt und in diesem Video drei klassische Fehler genannt, die man vermeiden kann, damit das auch gut funktioniert. Also, schreibt unten den Hashtag Fehler rein. Welche drei Fehler habe ich denn eigentlich genannt? So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Shazam! Ich bin dann weg. Heiße Pistole, ne? Die nehme ich mal lieber mit. Das wäre auch noch ein Fehler. Nicht, dass hier die Bude abfackelt. So heiß ist es nicht, aber ich stelle es lieber in die Küche. Freut hat er sich, wenn das noch ein bisschen nachtropft. Daher wird sich hier mit meiner Küche abfackelt. Das funktioniert nur mit den Küche. Die Küche-Foßen hat in die Küche, wenn es nicht da ist. Jetzt kommt noch ein bisschen weg. Und zwar. Also, wir sehen uns noch etwas. Vielen Dank.